Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Q&A Video für den Kurs Rhetorik und Kommunikation für Führungskräfte. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, was notwendig für eine gute Gesprächsführung. Welche drei Schritte würden eine gute Gesprächsführung unterstützen? Und hier in dem Beispiel ist der Schritt 1 angeführt Vertrauen auf- und ausbauen. Schritt 2 Zwecke und Interessen klären. Schritt 3 optimale Nutzen und minimale Eskalation. Ich glaube, dass hier ein wichtiger Punkt fehlt, nämlich der Punkt der nonverbalen Konversation, der nonverbalen Kommunikation und zwar dieser Punkt der Beziehungsebene. Der kommt ein bisschen zu kurz, denn nur zu sagen Vertrauen auf- und ausbauen, das ist ja ein bisschen zu wenig. Wir müssen ja auch wissen, wie wir das machen. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, bau einfach Vertrauen auf, sondern wie können wir Vertrauen aufbauen. Und der wesentliche Schritt, um Vertrauen aufzubauen, ist der des Rapports. Rapport bedeutet, eine Beziehung zum Unbewussten der anderen Person herzustellen. Also, dass sich beide Gesprächspartnerinnen in einer Situation wiederfinden, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich angenehm fühlen, wo sie sich sozusagen auch vertraut fühlen. Und wenn wir solche Situationen beobachten im Kaffeehaus, wo zwei Menschen ins Gespräch vertieft sind und sich gut unterhalten und einander verstehen, dann können wir beobachten, dass diese beiden Menschen im Allgemeinen eine zueinander eine zueinander Asymmetrische Spiegel-Symmetrische Körperhaltung eingenommen haben. Das heißt, sie sind zueinander gebeugt, haben vielleicht der eine das linke, der andere das rechte Bein überkreuzt, sehen einander an und schauen einander sehr ähnlich, halt spiegelsymmetrisch. Und so eine Situation des Rapports, die kannst du auch willentlich und absichtlich herbeiführen, indem du dich an die nonverbale Kommunikation deines Gegenübers anpasst, indem du deine Körperbewegungen anpasst, die Art und Weise, wie die andere Person ihren Körper bewegt, wie sie atmet, die Atemgeschwindigkeit, die Sprechgeschwindigkeit, die Tonlage, die Wortwahl. Das heißt, das Imitieren der anderen Person, Imitieren auf eine natürlich freundliche und wohlwollende Art und Weise. Es geht hier nicht um Nachäffen, auf keinen Fall, sondern um Imitation, weil Menschen gesellen sich mit jenen lieber, die gleich sind wie sie selbst oder die so sind, wie sie gerne wären. Das heißt, wenn wir eine gewisse Ähnlichkeit ausstrahlen, weil wir das wollen, nicht weil wir das müssen, sondern weil wir das wollen, weil wir einander anpassen, dann stellt sich Rapport ein und dann ist diese Beziehungsebene aufgebaut. Und Rapport ist nicht nur etwas, was wir am Anfang aufbauen, sondern während des gesamten Gesprächs halten idealerweise. Wird nämlich Rapport nicht gehalten, dann entsteht ein Bruch in der Beziehungsebene. Und sobald in der Beziehungsebene ein Bruch entsteht, dann hören wir einander nicht mehr zu. Dann hören wir nicht mehr, was die andere Person inhaltlich sagt, weil die Beziehungsebene gestört ist. Auch das ist ganz einfach nachvollziehbar. Du wirst niemandem zuhören, der dir zutiefst unsympathisch ist. Du wirst niemandem wirklich zuhören, einer Person, die du nicht magst. Und das unsympathisch sein oder nicht mögen, das ergibt sich ja schon aus der Haltung der anderen Person. Nämlich, wenn die andere Person eine Haltung hat, eine äußere Haltung, eine innere Haltung, die in einer äußeren Haltung sich widerspiegelt, die du nicht magst, die nicht deiner entspricht, die nicht etwas ist, was du unterstützt. Schon das alleine reicht, um nicht zu hören, was inhaltlich gesagt wird. Das heißt, es ist notwendig, diesen Rapport aufrecht zu halten, diese Beziehungsebene zu halten. Und selbst wenn die andere Person etwas sagt, mit dem wir nicht einverstanden sind, einfach zu hinterfragen und zu sagen, wie meinst du das? Auf was möchtest du hinaus? Ich bin zwar nicht einverstanden mit dem, was ich höre, ich möchte jedoch gerne verstehen. Vielleicht kann ich dann besser verstehen, wie du zu dem kommst und deine Sichtweise, deine Meinung, deinen Standpunkt nachvollziehen und vielleicht sogar zu meinem eigenen machen. Das ist ja durchaus eine Möglichkeit, die an dieser Stelle besteht. Also denke immer daran, Rapport ist das Entscheidende für jedes gute Gespräch. Und wenn ein Rapport aufrechterhalten bleibt, dann kannst du sogar inhaltlich unterschiedlicher Meinung sein. Und durch diese Wie-Fragestellung, wie kommst du darauf, durch die Wozu-Fragestellung, auf was möchtest du hinaus, in einen Diskurs kommen, wo Menschen unterschiedlicher inhaltlicher Meinung ein perfektes Gespräch führen, weil sie diesen Rapport aufrechterhalten haben. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt für eine gute Gesprächsführung. Egal, ob du mit jemandem meinst zu sein sprichst oder ob du vor einer Gruppe stehst oder vor einer großen Menschenmenge und dort eine Ansprache hältst. Rapport ist das Schlüsselelement für gelingende Kommunikation. Viel Spaß beim Ausprobieren. Dein Thomas Wilhelm Albrecht. Rapport ist das Schlüsselelement für gelingend.